Weltweit ist dieser Ort zentrale Anlaufstelle für Familien und kulinarische Hotspot. Die Küche. Mehr als sechs Stunden in der Woche verbringen die Menschen im Schnitt hier mit Kochen. Absoluter Spitzenreiter ist Indien, dicht gefolgt von der Ukraine mit über 13 Stunden. Eher kochfaul sind da die Südkoreaner. Sie stehen keine vier Stunden am Herd. Mehr Erfahrung und Leidenschaft bringen die Südafrikaner und vor allem die Italiener auf den Teller. Wer weniger Erfahrung hat, lässt sich beim Kochen von Online-Rezepten auf dem Smartphone oder Tablet inspirieren. 17 Prozent der US-Amerikaner, davon knapp ein Drittel Millennials, ziehen die Online-Suche dem Kochbuch vor. Wer die Hände frei haben möchte, kann Kochvideos oder Personen aber auch ganz groß auf Oberflächen projizieren. So wird die Küche zum Touchpad. Die Küche ist ein sehr emotionaler und sozialer Raum. Mit unserem Kochdate, das wir hier zeigen, verbinden wir andere Menschen mit unserer Küche. Das bedeutet, es ist fast so, als ob jemand direkt neben dir steht. Es ist ein anderes Gefühl, als wenn man es nur auf seinem kleinen Bildschirm hat. Solche Spielereien machen das Kochen zum Erlebnis. Und auch die Zahlen zeigen, der Markt für Smart-Kitchen-Produkte wächst stetig. Schätzungen zufolge wird er sich von aktuell knapp 15 Milliarden US-Dollar auf 43 Milliarden bis 2027 fast verdreifachen. Aktuell funktionieren die intelligenten Lösungen meist über WiFi oder Bluetooth. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Küche einer der beliebtesten Orte für Sprach-Services ist. Alexa, Küche, Tageslicht weiß. Die Sprachsteuerung ist absolut aktuell. Man kann Schränke öffnen mit der Sprachsteuerung. Man kann das Licht schalten. Also im Grunde genommen alles machen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Speisen per Sprachsteuerung bestellen. Von allen smarten Haushaltsgroßgeräten werden Kühlschränke 2020 mit 28 Prozent den zweitgrößten Marktanteil haben. Besonders erfolgreich sind smarte Lösungen, wenn keine übermäßige App-Nutzung nötig ist, sondern einfach der Kochprozess erleichtert wird. Und manche Entwicklungen sind sogar echte Problemlöser. Das Besondere daran ist, dass die gemacht sind für Menschen mit Behinderung oder für alte Menschen. Vor allem für Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen. Dadurch, dass sie hoch- und runterfahrbar sind, sind die quasi auch immer noch bedienbar, wenn man keine Standhöhe mehr hat. Und der Sinn dahinter, das Ziel ist, dass man Leuten halt ermöglichen kann, im eigenen Zuhause zu bleiben, auch wenn man vielleicht nicht mehr so mobil ist. Küchen sind aktuell aber nicht nur smart, sondern auch wohnlich. Offene Wohnküchen sind seit Jahren beliebt. So kann gleichzeitig gekocht und mit den Gästen oder der Familie kommuniziert werden. Denn trotz stressigem Alltag ist es fast 90 Prozent der Deutschen, Briten und US-Amerikanern wichtig, gemeinsam mit der Familie zu essen. Die Küche ist also Kochstätte, Treffpunkt und Kommunikationszentrale. Wir werden individueller, selbstbestimmter. Und wir haben dadurch auch andere Ansprüche ans Wohnen. Wir wollen nicht mehr ein Hausfrauzimmer, was früher Küche genannt wurde, sondern wir wollen eine Verschmelzung der Wohnbereiche. Wir wollen eine Offenheit. Wir wollen unseren Lebensstil auch zu Hause ausleben. Wir brauchen nicht vordefinierte Räume. Wir wollen es lässiger und offener. Diese Offenheit ermöglicht auch neue Konzepte. Diese Küche ist variabel und lässt sich so leichter an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Die Wohnungen werden kleiner, aber gleichzeitig kommt der Lifestyle-Gedanke bei den Bewohnern immer mehr zum Tragen. Die Küche ist nicht mehr die Küche von früher, die Laborküche, wo ich was wegsperre. Ich will Leben in der Küche haben. Ich will Flexibilität haben. Wir haben einen Slogan, der heißt Merchandising Ghost Kitchen. Das heißt, wir ändern, wir können jeden Tag die Küche ändern, je nachdem, wie wir es wollen. Für den reduzierten Lebensraum in Städten sind aber nicht nur multifunktionale Lösungen denkbar, sondern auch die Community-Küche. Das Konzept dabei? Bewohner eines Hauses teilen sich eine Küche. Teilen, wie wir es bereits jetzt mit dem Carsharing haben, wird in naher Zukunft definitiv ein Thema sein. Wir haben Räume, die wir teilen können und dann haben wir Räume nur für die Privatsphäre zum Schlafen. Aber wir haben definitiv Räume wie Wohnzimmer oder die Küche, die wir mit anderen Menschen teilen werden. In besonders dicht besiedelten Ländern wie Südkorea ist das schon Alltag. Hier sind die, die sich keinen Wohnraum teilen, in der Minderheit. Aber auch auf dem Land sind geteilte Küchen, insbesondere in Mehrgenerationenhäusern, ein Thema. Dort aber nicht, um Platz zu sparen, sondern um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ein weiterer Trend in ländlichen Regionen, Outdoor-Küchen. Das Leben verlagert sich mehr und mehr nach draußen. Und da reden wir nicht immer nur direkt über das Grillen, sondern es geht wirklich auch einfach um das Kochen selber tatsächlich. Um dieses Gefühl, draußen mit den Freunden zusammen zu sein, eine schöne Zeit zu verbringen oder auch mit der Familie. Die Zeit einfach sinnvoll nutzen und das draußen. Egal ob draußen oder drinnen, das Gemeinsame steht bei den aktuellen Küchentrends also im Fokus. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen und da wollen sich die Menschen wohlfühlen. Ein besonderes Wohlfühlambiente schaffen aktuell natürliche Materialien, wenn auch meist als Accessoire, da Küchen aus praktischen Gründen besonders robuste Materialien benötigen. Was die Materialwelten angeht, ist es so, dass sich hier immer weiter ein großes Spektrum auftut. Egal ob es eben weiter die klassisch eingeführten Lackfronten sind, wie aber eben auch neue Materialwelten wie Metall, wie Echtzement in erschwinglichen Preislagen oder auch Schichtstoff mit Anti-Fingerprint-Oberflächen. Das sind Dinge, die wirklich Küchen immer individueller und immer attraktiver gestalten lassen. Trend ist also, was gefällt, ergänzt mit ein paar wohnlichen, praktischen und smarten Lösungen, die den Kochalltag erleichtern. Aber vor allem werden auch in Zukunft Familien und Freunde weltweit hier kochen, essen und einfach Zeit miteinander verbringen.